noch über die gegner sein die zone kommt und ich renne hier doof rum ich bin gerade durch eine geschlossene tür gelaufen spieler voraus hinterm busch wir sind ja ich sehen zwei stück zwei ein habe ich da einen hat mich erwischt der frauen der andere ich bin dabei erstes spiel ich dachte nicht, dass wir jetzt soweit sind ich auch nicht, ich war so noch im Loot-Modus oh nice jo, wie gesagt, wir schreien heute abends schön ich würd mal sagen, wir sind als Team sehr gut, weil das ist jetzt schon der zweite Sieg in der Konstellation ja, wir sprechen uns ab, geschweige denn wir, ja, sind zu gut der Konki schweige ihr, ja, Konki hält sich bedeckt und dann kommt er und basiert genau, wir sind so voll in Not und der Konki schleicht sich von hinten an und ballert die alle ab ja ich schmeiß nun die mal im Feuer rein, komm hier opfer dich ja und ich hab den getötet, der am Boden schon lag, den hab ich getötet und den anderen hab ich ein-, zweimal getötet sehr gut, Punchy, sehr gut ja, am Anfang hab ich drei getötet Panischer trittstörte? die Föten ist ja auch wichtig, sonst werden sie ja wieder geholt mhm, Panischer tritt gerne, Panischer tritt gerne nach ich töte gern, ich töte gern Hilflose am Boden, die sich nicht wehren können sind leichter zum Treffen ok, wo gehen wir hin? aber da war das immer so, dass wir, dass er immer von vorne geschossen hat und ich kam von hinten ja da waren sie immer hinüber das kannst du gut, oder, Sadia? von hinten, hehehe ich hab jetzt kein schlechtes Gewissen, dann auch damit wieso, ich hab nicht gesagt, du brauchst ein schlechtes Gewissen, aber ich hab nur gesagt, das kannst du doch sehr gut, oder? schon wieder da? ok ja, da waren wir doch gar nicht, wir waren, fehlt doch meine Ahnung achso, ich war ne Ahnung ich lauf dir nur hinterher ja, das war Lazy Lake, da wo wir jetzt gewonnen haben ja, doch ja, dann hier wissen wir jetzt nochmal, oder? naja, ist ja gut ach, vergesst den Bus zu achja, Sonjo, wenn du B drückst im Bus ist bedanken ach, B ist bedanken B, bedanken ich hab vorher am Tisch gehauen, bis alles ging ok, bei mir ist ein Gegner gerade vorbeigerauscht bei mir auch oh, hier landen ein paar viele oh, fuck sicher, dass wir hier wollen? ja, wir können auch weiter fliegen aber, bis zum wieder hoch, von Borning weiter, aber da sind auch Fliegen, ne? ja, es liegt nix mehr, wir sammeln uns hier vorne irgendwo ok, also Sonja, ich bin hier im selben Haus gut hoch ja ich bin glaub ich im Haus mit'm Conky ich bin auf'm Dach bin ich sorry, ich hab immer noch krank leider oh, ich bin tot ich bin selber im Haus wie Conky tot ja, der misshandelt mich gerade der schmack mich gerade der schmack mich gerade sehr gut Sonja der mich wurde eingeschmissen ach so sehr gut sehr gut sehr gut Conky, ist einer bei dir? oh, im Dach hat er mich runtergeschmissen ich komm jetzt ich komm zu dich ich versuch's einfach sehr schön ja, vor mir schnell hier red hier um 180 grad drehen 180 grad drehen geradeaus das blaue Zeichen oben aber das ist ein Gegner ja sammel dich das hat er dir auch gerade gesagt versteck dich, versteck dich, hau einfach ab pass auf, links sind auch Gegner ja nein, hab ich wir sind ja nicht alleine auch, aber der hat nicht erwischt hast du ihn? nein, pass auf ball auf ihn, ball auf ihn, ball auf ihn nein, der hat nicht ja, bei uns, der läuft raus aufpassen, Sanja, umdrehen der Auto ist er, beim Auto wir sind in ihm am Conky pass auf, von links da ist noch einer geht's voll ab hinter dir ist ein, hinter dir hinter dir, hinter dir der Conky hinter dir hinter dir hinter dir, der läuft doch bloß zu ich kann nicht schießen bei uns ist auch noch einer ich kann, nur keine schießen scheiße ich will keine Munition ne, ich doch habe hier aber ich kann nichts machen hier im Haus ist auch noch einer der ist irgendwo oben man hört seine Schüttete am besten jetzt erst die die geholt, die wäre niedriger dran gewesen ich bin gleich tot also ob es das andere ist tot ja und ich bin auch gleich tot holt euch die jetzt die schwer, das sind wahrscheinlich nur bots da ne, wobei der braucht nach oben das geht bot ich würde gern komm, aber ich kann nicht schießen pass auf, der kommt glaube ich wir liegen doch über Wachpunkt bei Zocker ich heil mich gerade nein, darauf geht's nicht äh, der ist gerade am Conky einfach vorbei gelaufen ja, der ist gerade frei, ja ja, nice, das führt ihn, jawohl alles so und jetzt schnell Karten Karten, Karten kacken fertig erstmal liege, da die liegt da ich hab nen Bug so, Samuel ist gerade aus wir mussten Feuer nehmen für euch einfach erstmal weg und geh weg nehmen und erstmal weggehen hinter dir wahrscheinlich auch weil du kannst kannst uns nicht jetzt zurückholen genau, lauf rein geh hoch am besten erstmal und halt dich oben oben geh hoch da schwanz dich oben erstmal irgendwo oder da unter der Treppe genau versteck dich und jetzt halte ich sehr gut ja, gut Kompi, versuchst du am Bus? nein, das ist alles gut ist alles gut weil ich konnte nicht schießen ich komme mir nicht heilen ich konnte nichts aber wieso warst du am Bus? ja, weil ich irgendwas machen wollte ich kann nix machen Kompi, okay ich habe eine Mission ich habe Waffen ich konnte nix machen Fakt oder was? mhm ich konnte nur E drücken E und schießen nix gemengen ich habe null Ton gehabt nix schneller ja, wenn du mich wiederholst das ist so sinnvoll das weiß ich nicht aber ja, dann hol ich mich und Dings jetzt los genau ich und Dings danke Sante und ich und Dings danke Sante und ich und Dings danke Sante ich und Dings ich wei nein aber es hat nicht gereicht oder? soll ich ins Toten oder was? Niki braucht Hilfe glaube ich ja und ich fink dich nicht nein 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 ich kann nicht bauen ich habe kein Material mehr naja, das hat Lust da Balladin A, wir schaffen schon das ist nur einer wenn ich so rumsprungen würde, ne? ich kann abdenken mit mir boah ich will den Decksku ich will den Decksku ich will den Decksku locker holen locker auch noch locker auch noch hab die ihn? ich kann doch nicht ich guck mal ich hier bin ich beim blauen Auto hier 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 was? ich bin zufrieden der läuft einfach weg also irgendwo ist noch ein teammate der kommt, der kommt schön ich höre eine Rakete ich bin ein Haus nicht in eltern ata ich bin zufrieden tot erfiebste ernsthaft los rapple da rein rapple da rein huu ru ah da ist noch ein Gegner da ist noch ein Gegner oåa komm wie ist der? ob ich's sofort holen wie ist der? wie ist der? ich fick rein kommt derher kommt derher ja mama ich komm ja komm weiter oh die zone kommt nein schau hin es bringt nichts es bringt nichts doch ich kann conky zurückholen und das bringt auch so viel ich kann auch so viel machen ja lauf lücke das bringt nichts lauf ah die lücke schafft das schon die hat noch Meilung noch conky hat aber die karte von sanjo jetzt er kann sanjo zurückholen so lauf lauf ja ich heim nicht ich bin ja gleich tot ich hab keine Heilung aber ich will lass mich bitte sterben lass dich bitte sterben lass dich bitte sterben boah der Ton ist viel zu weit weg endlich ich wollte nicht gerade beliebt bleiben stehen das schaffen wir eh nicht ich bin voll ja ich kann eh nix machen ich bin echt klar der Ton ist zu weit weg ich hab nicht bloß tot egal ich hol dich jetzt auf die paar Sekunden kommt es auch nicht mehr drauf an vielleicht findest du irgendwo Heilung oder so ja ich hab Heilung aber ok dann rennt er aber los oh da ist ein Feind ja da ist ein Feind ja da ist ein Feind und her unglaublich dann nimm du die Heilung ich hab noch welche nimm 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 die Heilung lauf das schaffen wir nicht aber nimm die Beine in der Atten lauf soll ich euch wieder beleben soll ich euch wieder beleben nein nein ich geh nicht mehr ich kann eh nix machen ihr schafft das eh nicht bin zu weit weg aber hey ich hab noch nie 4 Kills in so kurzer Zeit geschafft ja das war schon krass ey oh Kuma jetzt geh mal das ist nie klar oh Gott ich schaff das nicht das wird so knapp bei mir was macht Kuma denn schon wieder gehst du jetzt da steht dir bei mir mit einem riesen übel langen ähm nein ganz kurz vor der Zone schaff ich's nicht Leichelfaden hast du das hm schaffst du das schafft du doch Nein die Zone geht weiter jetzt schaffst du es nicht sinds jetzt zu ernst nein der Topper schafft hat das auf jeden Fall da kann du auch Nieke gleich tragen nee ich weiß nicht ob ich so ich hab doch keine Heilung doch du bist nicht ich hab einfach so aber das heilt was heilt es du darfst die abbrechen ja komplett und das habe ich dreimal dann nimmst du dich und dann läufst du weiter er kann gleich meine karte aufheben dann kann er uns alle drei wieder belegen deshalb krabbel ich auch weiter immer noch 29 leute wenn meine karte und lauf weiter dann hast du alle drei karten zwei mal komplette heilung noch ja ja aber ich kann jetzt nicht auf die karte gucken ich weiß nicht ob wir noch ein bus haben in der zone ich fuhre mal süßigkeiten macht das ach ist das schön also bei 25 würde ich an einmal habe ich noch das problem ist die zone geht aber immer noch weiter sie geht jetzt wieder weiter geht es wieder weiter jetzt habe ich noch mehr heilung ja die verbände kannst du jetzt schon benutzen wir gehen doch ja gehen die jetzt schon ja bis 75 gehen die und sollte es bisschen nach rechts laufen da wo der weiße strich ist das ist der kürzeste nicht du bist immer nicht da ja die zone geht weiter der gewinnt doch weil er einzigen der tone ist wenn ihr irgendwo heilung sieht sagt du bescheid du musst dich gleich heilen weil jetzt verlierst du mehr das war die letzte heilung aber ich bin gleich auf der zone draußen lauf 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 nicht nachladen dann dauert es länger äh läufst du langsamer links aus der zone raus links 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 ja jetzt gerade aus nicht in der zone campen er kämpft gerne im sturm und lauf weiter die zone fängt gleich wieder an jetzt sie rennt dir hinterher lauf 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 aber die müsste jetzt langsam sein glaube ich dies jetzt ziemlich langsam nein doch die ist am ende ja aber die zieht mir ab hm 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 hh hh so jetzt brauche ich doch irgendwas wo ich wiederbeleben kann das blaue zeichen es ist in der zone geradeaus genau bis hier nach rechts war es aber dass die gegner muss aber da ist es recht die gegner habe ich schon gesehen ja links sind auch gegner da waren drei nicht wir sind beschäftigt mit sich selbst er hat sich gesehen es hat auf dich ja jetzt müssen wir wieder alle schießen wir müssen uns anstatt mit waffen komplett mit heilung voll machen und dann einfach in der zone überleben also auch das hat einer bei dem player honor grott gemacht wie die kit geschnappt nur draußen in der zone nach dem turnier gewonnen abonnieren liken und das kommentieren und nicht vergessen